Hallo und herzlich willkommen bei Sage50 Handwerk. Heute wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie über einen Shortcut Material in eine Leistung wandeln. Dazu legen wir ein neues Projekt mit einem Angebot an, erfassen eine Materialposition und wenn wir dann den Materialdialog öffnen, dann sehen wir über den Button Weiteres, dass über eine Tastenkombination SCLG und L die Möglichkeit besteht, in eine Leistung zu wandeln.